Hallo Freunde, das ist mein Video-Vlog. Wir haben tatsächlich eine neue Location gefunden für eine Liebeschiff-Party in München. Verlinkt das hier nochmal drunter, findest du auch auf meiner Website unter Veranstaltungen. Ja, 14.06.MU und genau, Karten müsst ihr vorher kaufen und freue mich euch da zu sehen. Also ich bin total happy, dass wir echt nochmal eine Location gefunden haben. Ja, letztes Mal waren die Karten ziemlich schnell weg, also wenn du da gerne hinkommen möchtest, dann hol dir mal schnell ein Ticket oder zwei. Genau, heute haben wir mal so ein Thema, das ist eigentlich so ein absolutes Standardthema, so der Standard-merkwürdige Mann im Online-Dating. Also ich vermute mal das Online-, ja gut, zumindest Social-Media-Dating, was auch immer damit genau gemeint ist. Einfach so der, wie normal Sachen scheiße laufen, warum so viele Leute auch keinen Bock mehr haben auf Dating. Also in diesem Fall Frauen vielleicht keinen Bock mehr drauf haben. Ja, also schreibt eine Zuschauerin, Lieber Christian, ich habe die Umprogrammierung des Liebeschips gemacht, den Liebeskummer-Kurs und mir auch sonstige Hilfe gesucht. Es geht mir schon besser, aber ich versuche damit zu arbeiten. Jedoch würde ich mich zusätzlich über eine Video-Antwort freuen zu folgender Thematik. Ich habe im Herbst einen Mann kennengelernt über Social Media. Ich ignorierte mein Bauchgefühl. Ja, das ist, was ich immer wieder sage. Das ist ja auch Thema im Umprogrammierung des Liebeschips, also in meinem Hauptkurs. Die roten Flaggen, die es da gibt. Also es ist eigentlich, da kommen wir heute auch noch zu, ist eigentlich eine super Mail. Und Standard zum Deerbreaker, ne? Also und auch Bauchgefühl. Also das Problem ist nur, weil man sich das mal angeguckt hat. Ich würde euch auch empfehlen, macht die Kurse ruhig zwei-, dreimal. Die bleiben ja neu am Account, die werden nicht wieder rausgebucht. Weil das muss ich da oben so richtig festsetzen. Das reicht vielleicht nicht, das so einmal zu machen, so, ne? Sondern sich immer wieder klar zu machen, okay, was ist damit jetzt genau gemeint? Weil erst, wenn man das so wirklich sklavisch umsetzt, stellen sich dann die Erfolge ein. Aber jetzt ist es völlig normal, dass das Zeit braucht, so, ne? Also Bauchgefühl haben wir schon mal. Aber ich verstehe auch, Bauchgefühl ist manchmal auch schwierige Sachen. Weiß man manchmal auch nicht so richtig. Er meinte beim ersten Date, dass er mich für einen guten Menschen hält. Also das ist, ich weiß nicht, ob es mir so geht. Also das, dieser Satz wird mir, also heute früher, egal, aus heutiger Sicht, wird mich so ein Satz schon komplett anträgert. Aber ich mir denke, what the fuck, was soll das irgendwie, ne? Was erkennt dich nicht, ne? Was soll so eine Aussage? Und eine der manipulativen Verhaltensweisen ist ja Lovebombing so, ne? Da muss man immer schon überlegen, kennt dich nicht. Also, vor allen Dingen, es gibt so Menschen, die können aus dem FF spüren, was du dir wünschst zu sein, so, ne? Und, ähm, weiß ich, ob ich das so jetzt so richtig rüberbringen kann. Aber wenn du zum Beispiel denkst, ich wäre gern ein guter Mensch, kann sein, dass es Leute gibt, die das spüren. Und die sagen dir das dann direkt, ne? Bah, du bist ein guter Mensch. Und, äh, schon hat man so diesen Lovebombing-Effekt, obwohl, äh, ja, warum sagt man sowas? Es macht einfach, macht eigentlich keinen fucking Sinn, ne? Ähm, da wurde ich hellhörig, super, da man das doch gar nicht so schnell wissen kann, genau. Anschließend zog er sich, äh, zog er mich zu sich beim Sonnenuntergang, küsste mich auf die Stirn. Also, wer, wer küsst heute noch Menschen auf die Stirn? Weil, das ist auch so dieses altenrodisch-Pseudo-Galante irgendwie. Aber gut, äh, ja, scheinbar ein guter Dater, weiß, was er tut. Ähm, und hat dann natürlich, äh, sich Eindruck verschafft bei dir, ne? Äh, nahm ich den Arm behauptet, mich zu beschützen und für mich da zu sein. Ich könnte wetten, dass das so Sachen sind, die dir insgeheim wünscht vom Mann. So, und er nickt, dass da irgendwas falsch dran ist. Nur, äh, das ist schon merkwürdig. Ich muss immer überlegen, mach, ich weiß, das ist wirklich wie so ein Sherlock Holmes-Spiel heutzutage, Dating. Aber macht das irgendwie Sinn, weil, weiß nicht, ihr dadet euch einfach. Es geht ja nicht gleich darum, ob sich jemand beschützt irgendwie und, äh, für dich da ist, so, ne? Also, aber klar, wenn du sagst ja später auch, dass du vielleicht manchmal ein bisschen needy bist und dann wünscht man sich vielleicht, und das ist das Gemeinde, dass man dann genau das, was man sich eigentlich wünscht, kriegt man dann präsentiert. Nur im Endeffekt kriegt man ganz was anderes. Aber musst immer überlegen, ist irgendwas off, ne? Und scheinbar spürst du ja auch so ein Off-Vibe hier. Aber ist schon, ist ja auch nicht fair so, wenn jemand das einfach nur sagt, um, ähm, was ich glaube ich später so rausstellen wird, um irgendwie seine eigenen beschissenen Ziele da zu erreichen, nämlich einfach ein bisschen, ähm, Bettsport und Aufmerksamkeit von dir zu haben, ähm, das ist natürlich sehr frustrierend. Aber, wie gesagt, es geht doch beim Dating erstmal um, dass man sich kennenlernt, ob man einen Vibe hat, und nicht, ob der andere einen beschützt gleich oder so, ne? Klar, wenn jetzt eine Situation da wäre, wo das notwendig ist, aber ist es ja nicht. Ähm, so. Ihr müsst auch oft überlegen, wenn Leute so dick auftragen, würde ich immer mit meinem Kopf mal ich und du austauschen, ne? So zum Beispiel, vielleicht hält er sich für einen guten Menschen, ne? Oder, ähm, ja, äh, ja, kommen wir vielleicht gleich noch zu, genau, es gibt heute noch mehr Beispiele. Also einfach mal die Sätze mal umdrehen, ob sie nicht dann Sinn machen, so, ne? Kommen gleich noch, glaube ich, noch viele Sätze in der Richtung, können wir mal drauf achten. So, ich kann mir vorstellen, wie in einem romantischen Film, ja, Nothing Beats the Fantasy, keine Beziehung fühlt sich so richtig an wie die falsche. Äh, wenn es so schön ist, um wahr zu sein, dritte von diesen Ads-Sprüchen, äh, ist meist nicht wahr, so, ne? Das kam mir alles überzogen vor, jedoch auch sehr süß. Genauso fühlt sich Love-Bombing an, so, ne? Schon vor dem ersten Treffen gab es leider etwas, äh, Sexting, ähm, ich müsste, eigentlich würde ich das gerne in meine Liste von roten Flanken aufnehmen, weil, sorry, wenn man sofort auf die erotische Schiene geht, äh, ja, das sagt überhaupt was aus, worum es einem geht, ne? Es geht nur darum, irgendwie in deine Klamotten zu kommen und, ähm, ja, und, und, weiß ich nicht, sofort wird auf die, so eine 3D-Ebene gegangen, sag ich mal, äh, bevor man es überhaupt kennt. Und mich ärgert das immer so ein bisschen, dass solche Typen mit so einem billigen Verhalten so durchkommen. Lass sie nicht durchkommen in so einer Scheiße, wirklich, äh, echt. Es sei denn, ihr wollt auch so nur, ähm, ein bisschen Dopaminspaß haben. Ähm, so. Äh, also, was ich noch nicht mehr machen würde, er beteiligt jedoch beim Date, dass er niemals einfach so Bettsport hat mit einer Frau. Ja, da haben wir es wieder. Ich und du umwechseln. Ähm, also, wenn das schon so komisch läuft, würde ich mal überlegen, meint er nicht vielleicht, doch, genau das hab ich, mir geht's nur darum, ne? Vor allem, wenn das so betont wird, ne? Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu verwirrend. Ähm, da nur, äh, Bettsport ja nichts bringen würde. Ja, doch, für ihn vielleicht schon, ne? Er würde noch etwas langfristig suchen. Ich und du. Oder, oder, äh, das Gegenteil vertauschen, ne? Ich suche noch etwas kurzfristig. Äh, anschließend wir, äh, schrieben wir ewig, weißt du, normalerweise wissen Leute am Anfang nicht so richtig, wie ein Date wird. Aber wenn jemand so ganz dick betont, auf jeden Fall wird es jetzt so und so laufen, dann ist es entweder needy, was ihr auch nicht unbedingt haben wollt, oder ist es, ähm, ja, so manipulativ, ne? Sag jetzt nicht, dass er das bewusst macht, aber ich denke, werde ich mir zustimmen. So, anschließend schrieben wir ewig hin und her. Äh, auch nicht machen. Ja, du hast jetzt den Datingkurs nicht gemacht, aber so wichtig, nicht so viel zu schreiben, ne? Weil das, also gerade die Leute, die mit, äh, Manipulation arbeiten, schreiben super viel, ne? Weil das geht ja am besten so, ne? Treffen, 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 ne? Nicht so viel, so dann, wenn er so viel schreibt, ja, weiß ich nicht, ich hab keine Lust, hier so viel zu schreiben, lass uns doch einfach treffen. Und wenn die dann keine Zeit haben, weiß man auch schon wieder was, ne? Schreibt nicht so viel, ne? Es sei denn, ihr seid in einer festen Beziehung, dann könnt ihr das meinetwegen machen. Ähm. So, bis zum nächsten Treffen mit Bettsport kam, hier reden wir, tranken Wein, kuschelten, reden über Gott und die Welt und erzählte mir wieder, dass er eine feste Beziehung nicht ausschließen würde. Also, also, man sieht schon, wie gesagt, guckt euch einfach mal an, wie der kommuniziert. Also, es ist auch diese Dating, ähm, Grundsätze, ne? Also, Konsistenz, Proredenz, also es geht langsam, stetig, weiter haben wir ja nicht. Also, ich hätte schon einen Schritt zurück gemacht von einer Sucht auf jeden Fall aus langfristigen. Oh, ich könnte langfristige Beziehungen nicht ausschließen, wieder A mit B vertauschen. Ich schließe eine langfristige Beziehung aus, ne? Ja, aber letztlich weiß man es natürlich immer nur, ähm, das sind alles nur Hinweise, deswegen ist das Bauchgefühl eigentlich auch so wichtig. Letztlich, ähm, letztlich weiß man es dann am Verhalten, aber auch das Verhalten ist nicht gut, ne? Also, anstatt er sich mehr verliebt, rodelt er schon zurück, ne? Und auch mit diesen, ähm, mit diesen vagen Hinweisen wird er hinterher sagen können, ich habe dich nicht angelogen, so, weil, weil es so technisch jetzt nicht eine glatte Lüge ist, aber es ist so, es wird trotzdem, die Wahrheit wird verschleiert und das ist halt so ein 3D-Kacke, ne? Äh, ich betonte aber, dass ich nur ihn will und gar kein Interesse an anderen habe. Also, ähm, ja, jetzt musst du dich schon, achso, äh, ne, jetzt davor kommt noch was anderes, äh, das, oh je, ne, äh, ähm, er hätte aber nichts dagegen, wenn ich andere Männer treffe. Ja, Leute, also das ist, also ihr müsst bei sowas, müsst ihr einfach, müsst ihr einfach die Reiste anerziehen, wirklich. Oder man muss es wirklich als Lernerfahrung sagen, ey, sorry, spätestens da, äh, spätestens da, guckt euch sonst mal die Videos von mir an, diese Übersetzungsvideos, spätestens da, weil das heißt, ich werde andere Frauen treffen. Und wenn du ihn dann hinterher drauf festnagelst, dann sagt er, wie gesagt, du kannst auch andere Männer treffen, also, das zeigt so, was er wirklich denkt, ne? Und das ist für mich einfach eine Drecks-Red-Flag und das ist ein Deal-Waker und das sind die Punkte, wo erstmal, was man lernen muss, alles gut, zu sagen, das war's. Fick dich, ne? Fick dich, ne? Sorry. Äh, gut. Äh, so, ich betonte aber, dass ich über ihn gar kein Interesse an anderen hätte. Ja, aber er sagt hier, was er für ein Interesse hat, auch wenn das nicht, also, es ist so ein Mittelding von Waagbleiben und auch seine, was er wirklich denkt, Verschleiern, so, ne? Also, es ist eigentlich so eine Art Gessler-Arten, so muss man schon sagen, ne? Er meint, es ist eine sehr schöne Eigenschaft von mir und es würde ihn freuen. Übersetzt, es interessiert ihn scheiß weg. Ich war auch nach dem, ähm, Wettsport plötzlich verknallt. Ja, wir haben, also, du bist aber auch verknallt, nicht nur, weil das natürlich Wettsport macht, aber auch, weil, ähm, ja, Sexualität dient ja auch zu, so eine Beziehung zu festigen und so. Und ich glaube, du möchtest, du spürst, dass es unsicher ist, möchtest es noch mehr festigen, so, ne? Äh, und er versprach mir, vor dem, äh, Indoor-Olympics mich nicht zu verletzen, da ich unsicher war. Ähm, ja, da gucken wir mal, was dabei raus wird. Mich nervt erst, dass der Prozess des Kennenlernens nicht kontinuierlich war. Haltet euch an meine Skripte, ich weiß, es ist schwierig. Man denkt immer, ja, ich habe alles verstanden. Mein Dating-Coach hat früher immer gesagt, äh, was so Dating angeht, äh, der hat so ein Buch geschrieben, das soll man 15 Mal lesen. 15 Mal, warum? Weil einfach, das ist mit meinen Kursen eigentlich auch so, es bleibt immer nur erst so 10, 20 Prozent hängen, ne? Muss ich das eigentlich nochmal, nochmal angucken, ne? Dass man, äh, ist nicht kontinuierlich, okay, ist scheiße, ne? Dass diese Verbindung sofort da ist, ne? Er hatte dauernd Ausreden, weswegen man sich nicht treffen konnte und meinte, er sei sehr beschäftigt wegen der Arbeit und ausgelockt. Ja, Übersetzung, ähm, so wichtig wissen wir jetzt auch nicht und ich muss mal gucken, dass ich wieder die nächste an Landkriege. Äh, jedoch waren die Wochenende ständig belegt, da er immer unterwegs war. Ja, mit wem wohl? Sorry, dass ich so einen negativen Blick auf die Dating-Welt habe, aber, ja, also wenn er nicht, äh, wirklich ständig Atombomben entschärft hat, äh, kann man sich ausdenken, was er gemacht hat, ne? Leute, wenn Leute am Wochenende keine Zeit haben, dann seid ihr keine Priorität, ne? Ich meine, ihr seid jetzt hier technisch nicht exklusiv. Auch mein Rat, ähm, sag ich glaube ich auch im Dating-Kurs, ähm, Exklusivität zu vereinbaren, ne? Also körperliche zumindest, ne? Muss ja nicht gleich die Eltern vorstellen oder so. Es sei denn, es ist euch egal, bei dir ist es nicht egal, ne? So, als ich ihn auf einer Dating-App sah mit neuen Bildern, aha, hier haben wir es ja, und ohne das Melden mit ewigem Hin und Herhalten auf neue Treffen, wurde ich wüten und stellt ihn zur Rede. Diese Wut ist völlig verständlich und gleichzeitig unnütz. Man sagt ja in der Therapie auch gerne immer, äh, Wut in angemessene Selbstfürsorge oder umwandeln, so, äh, also der angemessene Selbstfürsorge wäre hier, okay, so, ist ein drecksilloyaler, unehrlicher Typ, weil das Wichtigste, was ihr suchen sollt, und das Wichtigste, was du suchen sollt, ist Loyalität, ne? Wenn Loyalität nicht da ist, also, das ist wirklich, äh, also ich verstehe schon, dass man da noch ein bisschen braucht und man das verknallt und, also, ich verstehe das sowieso alles, aber ich, es hilft nichts, wenn ich euch jetzt immer sage, ist nicht schlimm und mach doch so, weil dann lernt man nichts, also, hab ja nur mal die paar Minuten hier mit euch und, wenn sowas passiert, egal, was er dann sagt, ob es, ob es seine, weiß ich nicht, ihn Außerirdische auf die Dating-App gezwungen hätten und wenn er nicht auf die Dating-App geht, dann wird die Erde vernichtet, ist egal, was er sagt, er ist drecks, es ist ein drecksilloyaler Mensch, das meine ich jetzt, natürlich ist jeder Mensch gleich viel wert, ne, aber jetzt, das Verhalten, knietief 3D irgendwie, ne, das ist, und wenn man darauf nicht reagiert, dann muss man überlegen, okay, warum, da ist man wieder bei sich, warum reagiere ich da nicht drauf, was hält mich da, lebe ich in so einer Fantasiewelt, das ist ja alles, ist alles in Ordnung, aber das darf dann erforscht werden, ähm, warum ist mir das so wichtig, also, habe ich da ein Ego-Thema, habe ich da ein inneres Kind-Thema, was auch immer, weil das ist wirklich, äh, wirklich der, der, der große, die große Memo vom Universum und von ihm, der Typ ist nicht wert, dass du dich mit ihm beschäftigst, ne, äh, so, er meinte, er würde gar nicht mit anderen Frauen schreiben und nur aus Langeweile swipen, Mist, das ist scheiße, ich weiß, das hört es immer wieder heutzutage, dass Leute aus Langeweile swipen, wenn ich das, also, ich würde es, glaube ich, heutzutage nach wirklich ewig Jahren Arbeit am SZ, ich glaube, ich wäre gar nicht mehr wütend, und ich würde einfach nur sagen, ja, alles klar, ähm, du bist raus, ne, oder wir haben jetzt hier nur irgendwie, äh, Friends with Benefits und ich, äh, stelle mich entsprechend drauf ein mit safer Sex und ich weiß nicht was, ähm, so, also, so loyalitätsmäßig und vertrauensmäßig wäre die Person raus zu mich, was auch immer du dann machst so, ne, also, das ist, ich weiß, das, das wird ja immer wieder gesagt, heutzutage, dass Leute, da haben sie einen Streit und dann gehen sie aufs Klo und swipen, ne, ja, sollen sie machen, ich will in so einer Welt, äh, ich würde für mich definieren, ich will in so einer Welt nicht leben, so, ne, dann würde ich, dann, warum macht man da überhaupt noch irgendwas fest, dann soll man noch, und das ist so viel auf Dating-Gaps, weil das versaut die Leute, ähm, das ist so ewig, ich will das auch gar nicht werten jetzt, also, wenn die Welt sich da entwickeln will, soll sie machen, äh, alles gut, ist nicht mein Problem, ähm, muss da ja nicht mitmachen, ne, aber das ist immer wieder der nächste Swipe, der nächste Kick, der nächste Kick, und, äh, das ist so diese Standard-Scheiße, äh, die jetzt vielleicht auch viel von Männern euch erwartet, vielleicht von Frauen manchmal auch, ähm, jetzt geht's ja mal so rum, müssen wir jetzt, und das ist die Standard-Scheiße auf Dating-Apps, so, ne, und, ähm, wahrscheinlich hat er dich auch auf Social Media angeschrieben und so, alles gut, man weiß es immer erstmal nicht, ne, aber, ähm, so diese ganzen Sachen, da würde ich denken, also, also wenn Leute auch so drauf sind, und das finde ich auch so ein bisschen Gaslighting-mäßig, dann, warum sagen die dann nicht, ey, ich, sorry, ich werde, ich werde nur ein paar Mal mit dir Bettsport haben, dann müsste mir zu langweilig werden, und dann werde ich die nächste nochmal suchen, das kann man auch nett sagen, da kann man sagen, hey, ich suche keine Beziehung, ich will einfach ein bisschen playing the field, Spaß haben, ja, dann kann der andere sagen, ja, okay, aber einen dann so zu locken mit, ähm, auch wenn er es technisch nicht so gesagt hat, der hat schon in seinen Worten durchscheinen lassen, eigentlich sucht er was Langfristiges, und das sucht er offensichtlich nicht, also ich kann jetzt nicht in seinen Kopf reingucken, ob er das, äh, absichtlich macht oder unabsichtlich macht, aber das spielt für unsere, das ist ja der, der Witz, das tolle an Scharen zum Deal-Breakern, das spielt keine Rolle, ob er das absichtlich macht, also er ist tief drin, bis über die Kante, in 3D-Energien, ähm, Dopamin manipulieren, äh, nur Spaß haben, und das dürft ihr entscheiden, will ich nämlich damit, äh, verbinden oder nicht, ne, man kann jetzt auch nicht sagen, dass er nur lügt, also er deutet es zumindest an, so, ne, ähm, wohl er hier lügt ja wahrscheinlich, äh, schon, ich bin sicher, dass er nicht nur aus Langeweile gespript hat, aber am Anfang, am Anfang sollen die Leute häufig, ansatzweise die Wahrheit, also hier glaube ich schon, dass er lügt, so, äh, und nur aus Langeweile zweipen, er wäre die ganze Woche krank im Bett gelegen und hätte sich aufgrund dessen nicht gemeldet, ja, wie viel Energie braucht man dafür, wenn man mit jemandem gerade kennenlernt, selbst wenn man, ähm, weiß ich nicht, keine Ahnung, äh, 48 Grad Fieber hat, wie viel Energie braucht es, irgendwie, äh, einen Satz zu schreiben, du, äh, ich bin krank, sorry, ich melde mich in der Woche wieder, äh, wie viel Energie braucht das? Und vor allen Dingen, das ist das Geilste, also es ist wirklich, ich kann mich schon wieder so aufregen, nur noch, die Energie zum Swipen hat er dann aber, also das geht, aber der Schreiben, das geht nicht, also das ist schon, schon ekelhaft, ne, sorry, aber, Wut, Wut ist okay zu sehen, will ich nicht mehr, aber, ich würde mich damit gar nicht auseinandersetzen, ich würde das auch nicht konfrontieren, oder, einfach nur sehen, alles klar, so, Mensch ist das gut, weiß ich Bescheid, weiter geht's, Tschüssikowski, ähm, ich sei ein wundervoller Mensch, ja, wir sehen jetzt, worin es geht, und ich hätte, es hätte sich für mich alles so schön angefühlt, ja, so schön, dass er mit anderen swipet, also auch Männer, wenn sie über beide Ohren verliebt sind, haben glaube ich nicht unbedingt das Bedürfnis, mit anderen zu swipen, ähm, aber dazu ist, ich weiß nicht, ob er dazu auch überhaupt in der Lage ist, wenn du einfach zu viel da rumhängst, so, er sagt, es folgt darauf in einer Diskussion, in der ich vorschlug, dass wir darüber in echt reden, das macht überhaupt keinen Sinn, wozu, du weißt alles, ich mache dir eben klar, dass ich Gefühle habe, eine feste Beziehung möchte, du siehst, also das sind, das ist ab diesem Punkt, ich hoffe, ich bin nicht zu hart jetzt, es ist ein sinnloses Gespräch, weil, wozu soll das führen, du siehst doch, wie er ist, ne, und er nichts Festes suchen würde und keine Gefühle für mich hat, ja, warum willst du dann mit dem reden, ne, also es ist nur dieses innere Kind, was man wieder, äh, vielleicht ist Mami oder Papi ja doch nett und ich kann irgendwas tun, nee, kannst du nicht, ne, er schritt alles ab und meinte, ähm, dem sei nicht so, anschließend kamen wir zum Beschluss darüber, in echt zu reden, er schlug einen Tag vor, jedoch keine Uhrzeit, jetzt geht dieser ganze Müll wieder los, als zum besagten Tag kam, wurde spätabends abgesagt, da die Arbeit plötzlich dazwischen kam, na, du kriegst jetzt immer wieder den nächsten Slap in the face, ne, weil, an diesem Punkt sagt dir das Universum, ey, sag mal, jetzt weiß ich doch, ne, okay, hier gibt's nochmal einen irgendwie, äh, ich wurde daraufhin sauer und antworte nicht mehr, meldte, meldte mich jedoch dann und erklärte ihm, wir würden nicht zusammenpassen, du suchst immer wieder Kontakt, weil, ich verstehe das auch, wenn ein inneres Kind das irgendwie nicht aushält, oder meint, nicht aushalten zu können, kann man natürlich, äh, aber das ist sinnlos, das ist, du begibst dich da wieder in die Gefahr, wieder verletzt zu werden, so, ne, und deswegen sich nicht melden und dann, jetzt melde ich nicht mal nicht, mal gucken, was er dann macht, aber, sorry, da sind diese Typen immer besser, ne, ist ihm scheißegal, melde er sich eben nicht und dann ist, bist du wieder getriggert, meldest du dich, kommt nur Müll raus, ne, mach den Scheiß nicht, wirklich, ey, äh, melde mich und erklärt ihm, wir würden nicht zusammenpassen, das brauchst, man kommuniziert das, indem man sich auch nicht mehr meldet, das brauchst du ihm nicht zu sagen, so, ne, da ich auch keinen Brieffreund haben möchte, äh, dass ich mir alles Gute wünsche, ja, aber dir geht's, ja, ich glaub, ich will schon, ich meine, er antwortet, dass er auch mir alles Gute wünscht, jedoch findet, dass wir zusammenpassen und er meine Ansicht nicht teilt. Ja, er möchte ich natürlich gerne in seinem schwarzen Notizbuch behalten, äh, dieser weckt dir wieder Hoffnung, ja, aber da muss man wirklich bei sich gucken und das ist eben nicht Standards und Dealbreaker, was du hier machst, ne, also, das ist, du negierst deine eigenen Grenzen so, ne, deine Grenzen eigentlich überschritten und du sagst jetzt hier, okay, ich guck drüber im Weg, da gibt's aber keinen Grund für, der hat sich nicht, über zehn Jahre eine Vertrauensbasis bei dir aufgebaut, wo man auch mal meinetwegen über irgendwas hinweggucken kann, aber, das, das ist, da verrätst du so, müssen deine eigenen Standards, ne, was ich alles total verstehen kann, ich weiß, sowas auch schon gemacht, ne, aber, wie gesagt, das bringt ja jetzt nichts, ich will euch ja nur weiterhelfen, so, ne, und ein bisschen schütteln. So, es kam zum dritten Treffen, hm, diesmal bei mir, ich schrieb mir vor, eins, dass wir das Treffen ohne Bettsport angehen, da das ist, wie man sich auch immer selber bescheißt, weil, er ist vorne, du bist vorne, nicht, also natürlich wird es da oben da wieder gehen, da bescheißt man sich auch immer, weil man diesen toxischen Bettsport gerne mitnehmen möchte, und naja, er meinte, wir sehen uns und entscheiden dann, ja, weil er genau weiß, was passiert, leider war ich so naiv, und wir hatten wieder Bettsport anschließend, meinte er, er sei der Falsche für eine Beziehung, er hätte niemals behauptet, eine Beziehung zu suchen. Ja, das ist, was ich eben meine, ich glaube, das ist auch die Wahrheit, und trotzdem war er nicht ganz ehrlich und hat aber auch nicht 100% gelogen, so, ne. Ich fühlte mich verarscht und sagte ihm, was hätte er früher sagen können, ja, ich verstehe schon, was du meinst, und da war er auch unehrlich, würde ich auch sagen, und er meinte, er hoffe, ich denke nicht, zwei Schüsse bei Ihnen, doch solltest du von den Worten mich beschützen zu wollen, auf mich aufzupassen, wusste er auch nichts mehr, das ist Geißleitung, ne. Er hätte es nicht im Beziehungskontext gemeint, ja, wie denn, dass du ihm vor dem Straßen, was soll ich, vom Straßenverkehr beschützt, oder was, äh, es würde ihm ja nicht nur um Batchboard gehen, A und B vertauschen, es geht ihm nur um Batchboard, äh, die Autofahrt sei zu lang dafür, nein, das wird er auch mit einer machen, er blieb nicht über Nacht, er wieder, du siehst, wie er tickt, und fragte mich auch noch, ob es mir gut ginge, ja, wie gesagt, fürs Notizbluch bist du natürlich gut genug weiterhin, ähm, ich hätte ja abgenommen, mein Gewicht sei bei den ersten Treffen noch okay gewesen, ah, jetzt sind wir schon in der Kritikphase, es ist wirklich, auch aus dieser Person könnte man wieder ein Lehrbuch schreiben, äh, das Lehrbuch der 3D, toxischen 3D-Beziehungen, so, jetzt haben wir schon die Kritik, äh, er meinte ja auch, ich sei nicht zu dünn, soll ich jedoch nicht dünner werden, ah, also es kommt wieder, du bist nicht gut genug, aber was häufig auch eine Reflexion ist, dass man selber nicht, sich nicht zu sehr mit Libido und, ähm, so einen positiven, wie man es manchmal sagt, positiven Narzissmus besetzt, also muss dich wichtiger nehmen, ne, aber er ist, hat sich hier völlig disqualifiziert, aber er ist halt so ein Arschengel, ne, ähm, ähm, da ich noch bedürftig war, dachte ich, eine Freundschaft käme in Frage, Leute, ich weiß nicht, vielleicht bist du neu, ne, ihr müsst doch, ihr kennt doch meine Videos, müsst, also, aber auch das verstehe ich, ich war auch, also ich muss, ich gestehe auch, ich war auch mal in so einer Phase, wo ich dachte, man könnte, also Freundschaft plus haben, das kann man nicht, weil du addikt zu ihm bist, ne, und, äh, das wird immer wehtun, es wird immer krümelig werden, und, äh, ihr werdet den Bettsport nie außen vor halten können, und du wirst dir anhören müssen, wie er, weiß ich nicht, zehn andere durchnageln haben, viel Spaß dabei, so, 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 ich entschuldige mich sogar für meinen Ausraster, aufgrund des aktiven Online-Dating-Profils, ja, auch das ist der ganz normale, düstere Weg, der da gegangen wird, man ist jetzt schon so, du bist jetzt schon so verunsichert, dass du, also, während er sich entschuldigen müsste, das, also er drückt dich auch mal weiter ins Plus rein, das fängst du an, dich für nichts zu entschuldigen, und natürlich sollte man, ich bin auch der Meinung, das ist immer, diese Spielfläche sauber halten, also diese, diese Beziehung destabilisieren einen, dann rastet man aus, und dann sagt der andere, oh, guck mal, du hast ein Problem, du rastest aus, deswegen, so wichtig, dass ihr lernt, ich weiß, das ist schwierig, äh, diesen Schmerzkörper zu fühlen, den Schmerz zu fühlen, und total eiskalt zu bleiben, das ist so wichtig, ne, oder so ganz neutral, und das heißt, die Amerikaner sagen immer, äh, nicht reagieren, sondern beobachten, ne, ähm, ähm, ja, ich glaube, Observer, also gibt es so einen Spruch irgendwie, keine Ahnung, Beobachten ist das Richtige, nicht reagieren, aber es ist leicht gesagt, ähm, aber, wir nehmen es mal als Lernchance hier alles, so, wo war ich jetzt, ähm, er meinte, er findet es gut, dass ich meine Fehler einsehe, das ist was für ein Typ, ey, und dass meine Reaktion komplett übertrieben war, jedoch revidierte ich dann die Aussagen eine Woche später und sagte ihm erneut, dass er es früher hätte sagen sollen, ja, völlig zu Recht, dass er nichts Ernstes sucht, und er wurde sauer, er meinte, er sei mal ehrlich zu mir war, und dass ich ja selbst gesagt hätte, er sei mal ehrlich gewesen, und dass er nie behauptete, blablabla, blablabla, ich habe ihn innerhalb von vier Monaten dreimal getroffen, Krümelbeziehung, aber, wie gesagt, das Learning ist auch, scheinbar zum Dealbreaker, guck nochmal in Modul 1 rein, ne, guck da ruhig fünfmal rein, wirklich, dafür habt ihr den, ne, ich bin so sauer auf mich, nee, das musst du nicht, das ist der Weg, ne, also da hatte ich die liebesüchtige innere Stimme, hatte ich wieder ein bisschen überstimmt, aber das macht man halt so lange, bis man die Lektion gefressen hat, ne, dass ich mich habe so ewig hinhalten lassen und die ganzen roten Flaggen aus Bedürflichkeit ignoriert habe, wie stehst du zu seinem Verhalten und kannst mir Tipps geben, wie ich diese Wut auflösen kann. Ja, das bringt nichts mit der Wut, das ist auch wahrscheinlich Wut auch auf Mami und Papi und was weiß ich, aber meiner Meinung nach bringt diese Wut nichts. Ich finde es viel besser, da so völlig, also kannst du die wahrnehmen, diese Wut, aber ich würde mich davon auch ein bisschen distanzieren und sagen, hey, ähm, was hätte ich anders tun können und denke, da gibt es Möglichkeiten und dir dann einfach sagen, okay, ich verzeih mir das, war halt so, du wusstest es nicht besser und nächstes Mal bin ich noch viel strenger irgendwie so, ne, und, äh, weil diese Wut, die hält dich auch im Kontakt zu ihnen, ne, ist nicht gut, so wahrscheinlich es auch ist, ist es nicht gut, ne, es ist viel besser, da so kalt zu werden, ne, ähm, ich befinde mich nur in einer Dating-Kurse, möchte mich nur noch auf mein Leben fokussieren und Studio möchte nie wieder was, dass mir sowas passiert, das kannst du lernen und das wirst du lernen, da bin ich mir ganz sicher, in dem Moment, wo du 1 zu 1 diese Sachen umsetzt, die im Modul 1 drin sind, ne, aber das bedarf Übungen, ist alles gut, ne, Online-Dating möchte ich nicht mehr machen, ich bin verletzt und enttäuscht und danke für deinen Ratschlag, würde mich freuen, wenn du ein Video zu dieser Situation machst, äh, Anna Tulebskula, Mitte 20, eigentlich, ich habe Mitte 20, habe ich so viel Fehler gemacht, so viel Fehler gemacht und nichts, und es gab dieses Wissen auch damals noch nicht, es gab kein Internet, ähm, ja, mal frohes waren, wenn wir fließend Wasser hatten, also, äh, also mit, mit Mitte 20 wusste ich von nichts irgendwas und habe einen Fehler nach dem anderen gemacht, von daher, sei gnädig mit dir, in diesem Sinne, mach die freien Kurse und, äh, hoffe, wir sehen uns auf der zweiten liebesche Party in München und wir sehen uns bald wieder, tschau, ihr lieben. Auf Wiedersehen.